Hi, ich bin Miley Cyrus mit einer Vorschau auf Hannah Montana, der Film. Richtig gehört, es gibt uns jetzt auch auf der großen Leinwand. Und da muss Miley Stewart die Entscheidung ihres Lebens treffen. Sitzt ihr alle bequem? Gut. Okay, dann los. Sie ist ein Superstar und ein ganz normales Mädchen. Vergiss nicht, du bist heute Abend mit dem Geschirr dran. Die sind ja echt klasse. Ich hab sie zuerst gesehen. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich weiß, dass du weißt, wer ich bin. Doch der Ruhm scheint ihr zu Kopf zu steigen. Sie hat Ärger an der Backe. Aber mit diesen Folgen hat sie nicht gerechnet. Hallo, New York! Willkommen in Tennessee. Komm schon, Dad, tu mir das nicht an. Tja, was sein muss, muss sein. Heißt das, ich darf nie wieder Hannah sein? Sag mich nochmal in zwei Wochen. Von jetzt an wird für Miley alles anders. Halt still. Miley! Wie eine Feder. Von Walt Disney Pictures. Was machen wir hier? Dir zeigen, was du alles verpasst. Sie hatte von zwei Welten immer nur das Beste. Jetzt muss sie sich für eine entscheiden. Ich hab dieses Doppelleben einfach satt. Du musst tun, was du für richtig hältst. Miley Cyrus in ihrer bisher größten Rolle. Hannah Montana, der Film. Du kennst Miley also gut, hm? Du weißt gar nicht, wie gut. Weitere Infos zum Kinofilm gibt's demnächst. Hier bei uns im Disney Channel. Wie ist das so, wie geht es? Wie geht es darum. Untertitelung des ZDF, 2020